Willkommen im Vorschalt in Hockenheim und wie wir mit dem Willis hierher gekommen sind, müsst ihr euch mal angucken. Alex hat's gefilmt. Wenn ihr euch erkennt, markiert euch. Vielen Dank an alle Fans, ihr seid großartig. Geil, jetzt machen wir ein geiles Rennen. Hockenheim Wir haben heute eine geile Idee. Die drei Fahrten, die wir jetzt gemacht haben, schalte ich euch einfach nur hintereinander weg. Dann mache ich erst noch eine Information und schalte ich gleich hoch. Jetzt gleich. Ich nutze es. Ich mach einfach. Das ist ja real hier. Das ist doch verrückt. Das ist kaum eine Handlung. Ihr habt morgen, aber immer Freude bleib tecnisch. Fahrt moisturizer Fahrt Dund Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020